Das Jahr 2022 ist mit einem lauten Knall gestartet, der unsere Branche in Aufruhr versetzt hat. Ende Januar gab Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck das Aus für die Bundesförderung für effiziente Gebäude bekannt. Dann folgte ein Förderhickhack sondergleichen. Außerdem gab es im vergangenen Jahr gleich zwei nie dagewesene Wärmepumpengipfel, einen Wirbel um Holzpelletspreise und vieles mehr. Wir blicken zurück auf die wichtigsten Branchenereignisse in 2022. Platz 1 Wirbel um KfW-Förderstopp Die KfW verkündete Ende Januar überraschend einen sofortigen Antrags- und Zusagestopp für die Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG. Die Antragsflut nach Ankündigung des Förderstops fürs EH55 habe alle Mittel bereits erschöpft. Wenige Tage später bedauerte Wirtschaftsminister Robert Habeck im Bundestag die Notbremsung bei den BEG-Förderprogrammen der KfW. Davon betroffen waren der Neubau- und Sanierungsbereich. Er betonte auch, die BEG-Förderprogramme der BAFA laufen unverändert weiter. Habeck begründete im Bundestag vor den Abgeordneten den abrupten Förderstopp, der viel Ärger in der Öffentlichkeit ausgelöst hat, erneut mit dem zu hohen Antragsvolumen. Experten aus der Energieberatung und der Baubranche hatten sich kritisch zu dem Förderstopp geäußert. Bereits geplante Neubauvorhaben würden dadurch ad acta gelegt oder weniger energieeffizient ausgeführt werden. Im April wurden dann wieder Fördermittel für das KfW-Effizienzhaus 40 freigeschaltet. Kaum erhältlich gab es einen beispiellosen Run auf die wieder bereitgestellten Fördermittel. Und nach nur drei Stunden waren die Fördertöpfe wieder leer. Was haltet ihr von dem Hin und Her bei der Förderung für effiziente Gebäude? Sollten mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden oder nicht? Lasst uns euren Kommentar da. Platz 2 Wärmepumpengipfel treibt Wärmepumpenausbau voran. Um den Wärmepumpenausbau weiter voranzutreiben, haben im Juni und im November zwei Wärmepumpengipfel stattgefunden. Ein Ergebnis des Zusammentreffens von Politik, Industrie und Verbänden? Für 2022 eingebaute Wärmepumpen soll es eine Sonderregelung im Strom- und Gaspreisgesetz geben. Ziel des Gipfels sei es, ein Bündnis zu schaffen, von der industriellen Fertigung über den Verbrauchern, Raucherschutz, Klimaschutz und Gebäudesanierung bis hin zum Handwerk, erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beim zweiten Wärmepumpengipfel. Bereits beim ersten Wärmepumpengipfel im Sommer waren sich die Beteiligten einig, dass mehr Tempo bei der Transformation der Wärmeversorgung notwendig ist und es daher gemeinsamer Anstrengungen bedarf, um die Wärmepumpenproduktion und Installation sowie deren Netzanbindung voranzubringen. Die Industrie zeigte großes Vertrauen in den Erfolg des Wärmepumpengipfels. Die Wärmepumpenhersteller wollten die Ziele des Gipfels, die Installation von 500.000 Wärmepumpen pro Jahr ab 2024, machbar machen. Dafür investiere die Heizungsindustrie in Summe zwischen 3 und 4 Milliarden Euro in Europa in die Wärmepumpe, sagte ein Sprecher des BDH. Ziel sei, die Komponentenindustrie in Europa zu lokalisieren, um so die Technologieführerschaft gegenüber den Klimaanlagenherstellern zu schaffen und dann Produkte oder auch Patente exportieren zu können. Weitere Informationen zu den beiden Wärmepumpengipfeln findet ihr unter diesem Video. Platz 3 – Gassparpflichten, Heizungschecks und Co. Seit dem 1. Oktober 2022 und noch bis zum 15. September 2024 müssen Hauseigentümer ihre Erdgasheizungen prüfen und optimieren lassen. In Mehrfamilienhäusern kommt ein hydraulischer Abgleich hinzu. Das sind die Sparverordnungen des Bundeswirtschaftsministeriums. Als Vorsorgemaßnahmen, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden sowie um eine Mangelsituation zu verhindern oder abzumildern, hatte das Bundeskabinett ab 24. August 2022 mehrere Maßnahmen beschlossen. Fraglich war und ist, ob die Maßnahmen, wie beispielsweise der Heizungscheck, auch umsetzbar bzw. ausführbar sind. Unser Experte Jürgen Wendnagel schrieb dazu, dass ein Fachhandwerker, der die zu untersuchende Heizungsanlage das erste Mal sieht, sich selbst erst einmal einen Überblick verschaffen müsse. Problematisch könne sein, dass es gar keine Unterlagen zur Anlage, zur Bedienung der Regelung etc. gibt und der Eigentümer die Historie der Anlage nicht kennt, weil er das Haus zum Beispiel mit der Heizung gekauft hat. Unter solch erschwerten Umständen dürfte die Arbeitszeit von etwa einer Stunde für den reinen Check, die der ZVSHK ansetzt, nicht ausreichen, gibt der Experte zu bedenken. Spätestens beim Beratungsgespräch mit dem Kunden werde es mit der Zeitkalkulation extrem schwierig. Angesichts der aktuellen Situation dürften auf den Heizungsfachmann dann viele Fragen niederprasseln. Wie ist Eure Meinung zu den Heizungschecks? Sinnvoll oder unrealistisch? Schreibt Eure Meinung in die Kommentare. Platz 4 – Wirbel um Pelletspreise Die Pelletspreise und die Preise für Holz sind im Spätsommer durch die Decke geschossen. Gleichzeitig fand eine neue sprachliche Dimension der Diffamierung zum Heizen mit Holz und Pellets statt. Bereits im Juli kostete eine Tonne Holzpellets fast 432 Euro, 95% mehr als im Vorjahresmonat. Im September waren die Preise dann im Bundesdurchschnitt auf 763 Euro pro Tonne gestiegen, wenn 6 Tonnen abgenommen wurden. Im November sank der durchschnittliche Preis für Holzpellets auf 665 Euro pro Tonne, wenn 6 Tonnen abgenommen wurden. Das waren 9,2% weniger als im Vormonat und 152,9% mehr als im November 2021, wie das Deutsche Pellet-Institut berichtete. Die gestiegenen Preise und die damit verbundene Diskussion um das Heizen mit Holz zog die Kritik an Holzpellets von Umweltschutzverbänden nach sich. Mehr dazu lest Ihr in unseren Artikeln, die wir in der Beschreibung verlinkt haben. Platz 5 – Einbauverbot von Öl- und Gasheizungen Der Einbau einer Öl- oder Gasheizung als alleiniges Heizungsgerät wird in Deutschland zum 1. Januar 2025 praktisch verboten. Der Grund? Jede neue Heizung muss dann mindestens 65% erneuerbare Energien einkoppeln. Klimabelastende traditionelle Heizungsanlagen mit fossil erzeugter Wärme stehen auf der roten Liste. Das gilt laut Koalitionsvertrag mit der Änderung des Gebäudeenergiegesetzes für den Neubau ebenso wie für Bestandsgebäude. Neben dem De-Facto-Verbot, klassische Öl- und Gasheizung ab 2025 einzubauen, setzt der Gesetzgeber darauf, den Strompreis von staatlichen Abgaben zu entlasten und damit den elektrischen Betrieb klimafreundlicher Heizsysteme attraktiver zu machen. Bereits Anfang 2020 wurde die EEG-Umlage auf den Strom gesenkt. Ab 2023 wird sie komplett gestrichen. depicted in Deutschland 2020 wird das zeug. klub 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 Untertitelung des ZDF, 2020